Hi, ich bin's Nenert. Habt ihr schon vom Köln MT-Projekt gehört? Bei Trainieren mit Idollen könnt ihr eure MT-Bundesliga-Spieler an eure Schule holen. Trainiert mit mir und meinen Mitspielern. Wir verraten euch Tipps, Tricks und Antworten eure Fragen und haben gemeinsamen Spaß. Habt ihr Lust dabei zu sein? Dann bewertet euch jetzt bei Trainieren mit Idollen auf ente-melsungen.de Wir freuen uns auf dich und deine Klasse. So, bis zum nächsten Mal. Abonniert euch aberifz und dir 펴bar bis zum nächsten Mal. Dann –bé compañ1. устить www.edil. Represent.